In der Maschine So, mit einer Maschine kann man auch teilen. Man kann sich mit einer Maschine die Arbeit teilen, die man selber ist. Das ist einfacher, denn der Maschine wird gesagt, was sie tun soll. Der Betreiber der Maschine sagt es ihr. Es ist nicht so gedacht, dass man in sie hineinkriecht, weil man schon vorher weiß, dass man nie ganz reingehen wird. Man könnte davon krank werden. Die Maschine ist uns ein Rätsel. Sich selbst ist sie nichts, weil ihr ja, wie schon gesagt, wiederum immer gesagt wird, was sie machen soll. Einer sagt es dem anderen, er sagt es weiter. Die Maschine sagt nichts weiter. Sie ist ein ausführendes Organ, dem manchmal Menschenorgane irgendwo herausstehen, weil der Mensch nicht mehr ganz hineingegangen ist in das Gerät und die Organe nicht ganz in ihn. Er ist teilweise draußen geblieben. Er musste zum Teil draußen bleiben, um wenigstens vor der Tür seine Menschlichkeit zu retten. Die Gesundheit seiner ausführenden, ausufernden Organe, nur damit die selber gehen können. Da gibt es nichts zu retten. Dieser Mensch ist der Sekretär seiner Maschine und doch tut die Maschine, was ihr gesagt wird. Er degradiert sich zum ausführenden Organ eines Organs, so, das hätten wir, der Orkan strömt hindurch, der Tsunami, Wassermassen, denen unschuldiges Geschirr und hilflose Wäsche ausgeliefert sind. Werden sie den Anprall der Naturgewalten überstehen oder müssen wir selber in die Maschine steigen, um sie an der Vernichtung von Gütern und eventuell sogar Körperteilen zu hindern? Respekt ist der Zoll und Respekt zu zollen ist der Maschine zu wenig, dann geht sie kaputt und der Mensch muss hinein und Ordnung schaffen und dann muss er in sich Ordnung machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017